Was wäre, wenn wir die Art und Weise, wie heute gearbeitet wird, in Frage stellen? Was, wenn Wände ihre Grenzen verlieren und wir Innen- und Außenbereich verschmelzen? Was wäre, wenn wir nicht nur bebauen, sondern auch angemessen an die Natur zurückgeben? Und was geschieht, wenn wir begreifen, dass Gesundheit, Zufriedenheit und Bestleistung nur durch ein ganzheitlich nachhaltiges Mindset entstehen? Und dass Menschen Freiraum, Flexibilität und den ständigen Zugang zur Energie der Natur benötigen, um ihr volles Potenzial zu entfalten? Dann entsteht ein Ort, an dem Magisches vollbracht wird. Falken Media Green Campus Empowering Performance Eine Idee wird Realität